Ich hab' diese Schätzlichen zu erwischen. Tötet all den Stuff. Tötet? Was? Jo. Ach, wir nehmen... Kann ich die Quest schon annehmen, oder? Sekunde. Nein, ich hab grad was kaputt gemacht, was noch besser war als meins, aber... Boah, 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 boah. Also kann ich jetzt annehmen? Ja, mach. Dieser Mann war der gefallene Stern. Niemand könnte etwas derartiges überlegen. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Wirklich? Oh, wer hat es gespielt? Wirklich? Wer hat es gespielt? Ich nicht. Wer hat gerade Escape gedrückt? Ich nicht. Irgendwie hat Escape gedrückt. Ich nicht. Ich bin einfach nur weggegangen. Oh, Rojo. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremde. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großem Arsch. Alter. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwert Stücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Oh. Erziegen Menschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert mit so schnell zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden. Wirklich? Hört ihr mal auf? Ich war das nicht. Du warst halt. Hört ihr mal auf, irgendwas zu drücken? Am besten, wenn sowas kommt, sagt, macht mal gar nichts. Hier, Rojo, Alter. Ja. Ja, echt wahr. Arschloch. Nee, das ist gar nicht geil, Rojo. Weil manche das hören wollen. Dann sollen sie sich das Spiel selbst kaufen. Ja, aber trotzdem, das ist die Hauptsache, da kannst du es wenigstens durchgehen lassen. Ist ein Mann. Als Onkel Deckard das erfuhr, war er am Boden zerstört. Hier ist noch ein Buch drin. Ich weiß, dass er auf etwas Wundersammeres gehofft hatte. Dich. Du erkennst die wahre Qualität meiner Waren. Hast du den Fremden im Alpen kennengesehen? So. Haben wir hier unten noch? Ich guck erstmal noch hier unten nach dem Händler. Hat der was? So. Alter, es gibt sogar 700 EP der Shit. Oh, das ist gut. Oh, nicht mehr die? Doch. Mit mehr Magic Find und mehr Damage-Ringe? Wo ist die denn? Das ist gut. Oh, Mist. 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 Ja, ich versuche hier gerade ein bisschen sowas zu finden, von wegen Int und so. Ich nehme nochmal wieder kurz Wraps aus und an und so. Int. So, wieder an. Wer ist dieser Int? Wir müssen doch jetzt, ja, wir müssen doch sowieso hier rein. Hup, und zur, zum Friedhof. Äh. Wow, hier ist ja schon gleich Rumbo los, Alter. Oh, geil. Alter, bei mir ist ja... Ich kriege wieder nichts hier. Nichts mit End. Rumble in the Jungle. Nee. Wir sollten noch Jason warten. I'm coming. Zu spät. Ja. Buste Leder Kapuze. Wuuuuh. Ich bin durchs Tor gestorben. Ich bin durchs Tor gestorben. Ich bin durchs Tor gestorben. Und nicht. Ich bin auf den Feldern des Elends, Mann. Wie kannst du denn mal? Ich bin erstmal auf der Brücke des Elends anscheinend. Hier sind die Felder. Wir haben sie hier vorne schon angefangen. Ja, bei mir auch, aber da war noch eine Brücke dazwischen. Also was ist die Brücke des Elends? Guck mal, ich kann nicht springen auf der Brücke, ist voll lustig. Doch, nicht? Na ja, hoch, aber nicht weit. So. Donkau. Überleg mal, du stirbst da durch oder sowas, Alter. Baum. Ich bin enchanted da. Hier ist ein Baum. Ja, okay, der enchanted ist uns wichtiger. So ein Arsch. Was ist jetzt los? Ja, enchanted da. Wo schieß ich denn hin? Ist der Baum tot ruhig hin? Ja, der Baum ist schon tot. Eifersicht, du, dass du da hast. Oh Herr, das ist echt nicht wahr. So ein magischer Speer hat Hint, aber... Mein Zauberstab macht umfassers doppelte an Schaden. Viele Jahre und waren diese Kreaturen von einfacher und träger Natur. Diese Tage sind vorbei. Ja, ne. Muss ich behalten. Weithin wird von Angriffen durch die Kanzler aber nicht spiel ich dir hinten Gold. Und die Anzahl der Todesopfer übersteigt alles andere in meinen Notizen. Ich war es nicht. Och, wo? Diesmal wirklich nicht. Gold! Hier? Hier ist nur ein Lager, okay. Wochum macht, Tanz um den Busch. Ja, Mann. Oh, komm her, du. Eigentlich müsste doch... Eigentlich müsste doch... Eigentlich müsste doch dieser Baum mehr Schaden durch meine Feuerfledermäuse kriegen, oder? Ich glaube, der kriegt doch Schaden mehr Schaden durch Feuer. Ich weiß es nicht. Komm, 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 komm. Oh, der Baum will nicht. Ja. Baum macht nicht. Aber der hat eine Küste. Hm, okay. Auch nicht. Oh, regenerativer Feld gut ist. Löwen. Das Löwen. Der Baum macht. Der ist ja sch... Ach, Mann ey, ich hab'n gelben. Der erste Bomberuch, ich dabei ist. BAU, BAU! Voll vorbei. Voll. Voll. Eder Manschetten der Dorn, ey. Der O-Hu kriegt die ganze Staff. Oh, ich hab' ne Voodoo-Maske. Fuck yeah. Warum kriegt der eigentlich jeden Shit hier? Ja, die Rüstung ist zwar scheiße, aber ich hab' ne Voodoo-Maske. Guck mal, ich hab' weniger Rüstung, aber ich hab' ne Voodoo-Maske. Oh shit. Da kam ein... Biest. Der ist angelaufen. Ja, frier's ein. Ich muss mir hier nach erstmal die Voodoo-Maske anschauen, ja? Oh man. Das ist dafür sogar ein Erfolg gekriegt. Haha, sieht die scheiße aus. Bauern erkennen diese Monster als wilder Rüstung. Weiß. Ist egal, das ist ne Voodoo-Maske. Unheilvolle Adlerkugel. Braucht kein Mensch, oder? Na was? Eine Adlerkugel ist doch für Jason, oder? Naja, ich weiß. Ist er hinten drauf? Nee, stärker. Naja, aber Schaden. Ja. Mach's mal hin. Danke. Guck dir die Maske an, Rocco. Sie sieht so scheiße aus. Das hat sich ja wieder geil. Nein! Ich war lang geworden. Aber ich hab die... Oh du Bauer. Ey, wieso? Wir haben denen bloß Schaden gemacht. Die sind nicht gestorben, oder? Ey, da kommt so ein Vieh wieder angedönst gleich. Und nicht. Ja, das Stunt der Bruch ist jetzt mal. Blup! Das ist ja eklig an dir. Jetzt ist das wenigstens nicht ganz so doof aus, als es gefroren war. Wieso? Wir rennen hier schon wieder ein bisschen zickzack. Ja. Da hat er sich angestrengt. Da hat er alle angestrengt. Wieso? Hm... ... ...Hallo! Tschüss! Weiß ich. Wieso? Gold! Oh nein. Oh nein... Also... Wieso? Ich hab's mir gehört? Monster. Monster! Hier ist ne Kiste. A... So ein Robes hässlicher Viecher. Ja, lass die! Die sind cool. Greif mir irgendwas an, glaub ich, oder? Meine, meine Viecher pullen die alle voll. Wo rennt Rochum mit uns lang? Ich hab keine Ahnung, ich renne ihn mal hinterher. Ich auch gerade. Lederhose. Oh, ich hab Gold vergessen. Hier ist noch einer. Ich hab Gold vergessen gehabt. Das muss ich hier gleich mal nachholen, ja? Das kann ja nicht so sein. Wie viel Gold hab ich jetzt eigentlich? Oh, Baum. Hey, ich kann da durchwatzen. Das war mal ein Baum. Oh, irregefahren sind. Das ist noch einer, ne? Ja. Der nimmt nicht, glaub ich, die extra Schaden davon. Das einzige, was bei dem Baum wehtut, sind diese komischen Pflanzen, die auf den Boden setzen. Ja, ist klar. Ja, der macht ja auch, der macht ja auch, der macht ja auch ein Auto in Pax. Ja, komm. Das ist ein Baum. Guck dir die Ends an bei Herr der Ringe. Ja, that's right. Ich habe keine Ahnung, was all diese Aufregung soll. Ein paar Bauern sterben und alle machen sich aus dem Staub. Ich lebe seit 20 Jahren auf dem Land. Er lebt seit 20 Jahren auf dem Land. Er lebt seit 20 Jahren auf dem Land. Es gibt absolut keinen Grund, warum ich eine gesunde Ernte im Stich lassen sollte. Na. Ja. Ja, deswegen bist du wahrscheinlich halt rot. Sicher? Ich hätte jetzt doch einfach nur an Altersschwäche geschaut. Ja, klar. Siehst du, er lebt seit 20 Jahren hier. Kann ja auch mal passieren dann. Ich hab nen Baum vergessen. Ist egal. Echt? Ja, der ist hinter mir. Ja. Ein Wanderhut. Das ist für Jason, glaub ich. Was, ein Hut? Ja, ist aber nur so ein Heft. Äh, Hut. Ich hab auch einen genommen mit weniger Rüstung. Einfach so weit mit Maskes. Angeschimmst. Angeschimmst. Guck mal, hier ist überhaupt was los. Alter, hast du das gesehen? Jason hat gerade alles verpasst hier, oder? Ja, ne. Ich hab einfach nur irgendwie grad so meine Völker angeguckt. Hm. Wahhab. Ist hier irgendwas special? Das Ding hatte ich übrigens noch gar nicht hier so'n Ding, Goho. Was? Dieses hier. Oh, bezaubernde Wange. Alter, ich hatte das Telefone. Ich schmeiß dir gleich alles. Gib mir meine Dohl. Zeig mal, macht den Ding. Oh, maximales Mana. Okay, aber weniger. Meines... Oder macht die mehr Damage? Nee, meine ist besser, die ich hab. Ich schmeiß mal wieder was weg. Ist da hinten noch irgendwas? Oh, Gegner. Von Schwein. Ich sammle ab jetzt kein weißes mehr ein. Fuck, was weiße. Hat ein Schwein? Das Ding hält mich eher an einem Rind. Rindvieh. Ja. Ich hab grad... Ich hab doch eben gesagt, ich sammle kein weißes mehr ein, ne? Als ich weißes eingesammelt habe. Oh, Alter. Es liegt da. Ich will's einsammeln, aber auch irgendwie nicht. Glasstern. Ich bin noch in Mönch. Den hab ich gesagt, ich wollte, weißt du nicht mehr einsammeln drauf. Oh, Alter. Oh, Fliecher. It's a trap. Ich hab grad geh ins General. Schulz. Was? Die wird? Hmm. Was? Der Rocker-Oper-Signen-Randome-Stein dreht sich um. Der muss ich haben. Oh,�l. 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 Ich hab's geguckt. Der ist schnell. Rundlaufen er der Hand ist schön da ist er an dich durch die Summe und wir können mal was Füße machen wir sind das mal Guggenau ja wie ich erst einspringen doll totes ich ja was ein Blauer zweihändler diesen Blauer zweihändler ist ein Schatzkoblin hier wo ich stehe noch mehr Typ der läuft zu Rocho Alter er ist fix Alter er hat seine Nikes an mann BAM der Typ hatte Nikes an oder? Erkundungstaten ja der hatte Nikes an nur ich muss erstmal die Goldspur folgen ja ich auch hier ich finde die recht nett aber ich finde es immer scheiße wenn die so viele und großen